Die Biene ist leider nicht da. Naja. Schalt mir den Stinkpilz frei. Schalt mir den Stinkpilz frei. Die überzeugenden Kräfte des Hypnopilzes für sich zu nutzen. Gute Idee, Penny! Bekehren wir diese Frevler und zwar auf die mitleiterliche Tour! Pflanze diesen Pilz und die Zombies werden nicht wissen, was sie gebissen hat! Bis sie merken, dass es ein anderer Zombi war! Unglaublich, oder? Ah! Okay. So. Weg mit den Gräbern. Und her mit den Pilzen. Die kenne ich auch aus dem ersten Teil noch. Oh, ein Cola-Pult auch noch. Gut, jetzt sind die beiden ein bisschen blöd. Ich hätte sie vielleicht hier so hinten setzen sollen, aber naja. Oh, ein Puzzle-Pilz! Nehme ich mir den vielleicht auf? Ich weiß nicht. Ich glaube, den nehme ich mir auf. Ich setze jetzt hier die S3 rein, werde ich jetzt freilassen. Ich hätte hier einsetzen sollen, aber naja. Der wird noch aufgehoben. So, da fressen sie sich jetzt gegenseitig. Hehe. War jetzt auch jemal, oder? Ich weiß nicht. Oh, da oben ist eins mit Spezialdingern. Mist. Mach ich hier mal einen Puzzle-Pilz hin. So. Und vielleicht mache ich hier auch noch welche. Ah, da warte ich noch. Plötzlich sind hier Gräber. Was macht das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Aber er leuchtet ja irgendwie. Oh, es sind gerade keine Gräber mehr da. Wow, bitte was? Geil! Geil! Necromantie! Necromantie! Mist. Weg! Einfach weg! Voll geil! Voll geil! Haha! Es ist der Hammer! Es ist einfach so geil. Die rennt halt einfach durch. Zack, weg! Das ist eine unglaublich geile Spezialdinger, Paul. Muss ich schon sagen. Oh, egal. So, jetzt haben wir den Stinke-Pilz. Verschießt Stinkwolken, die allen zum bisschen in einem Bereich schaden. Schalter den Stink-Pilz frei. Abgeschlossen! Wir kriegen 100 Münzen. Ein Samenpäckchen für den Pustepilz. Und zwei Samenpäckchen für den Stink-Pilz, der auch schon ein neues Level hat. So, neue Aufgabe. Schalter die Sonnenbohne frei. Wenn doch Zombies Sonne ausspucken würden, wenn man sie trifft. Die Sonnenbohne macht's möglich. Schließe Tag 6 des Mittelalters ab. So, erstmal in den Zingarten. Die Biene ist offenbar noch nicht da. So. Hier. Stink-Pilz. Sonnenkosten 125 Punkte. Auflade der Dauer 5 Sekunden. Ausdauer 300 Punkte. Schaden 40 Punkte. Bereich 1x4. Was? 1x4? Also normalerweise ist die erste Zahl immer x. Das heißt, es ist ein Feld nach rechts und 4 Felder nach oben und unten. Ich glaube, das ist falsch rum. Ich glaube, sie haben das hier falsch rum aufgeschrieben. Ich glaube, der macht wahrscheinlich Schaden in einem 4x1. Also 4 nach rechts und ein Feld nach oben und unten. Also praktisch das eine Feld eben die Linie entlang. Spezial-Dünger-Power schaden. Stink-Pilze verschießen Stinkwolken, die allen Zombies in einem Bereich schaden. Eigentlich bin ich wirklich mit mir zufrieden, sagt der Stink-Pilz. Aber manchmal, wenn ich Spezial-Dünger kriege, kann ich sie hören. Wenn sie mich Ballon-Pilz nennen. Bestimmt wissen sie nicht, wie sehr mich das trifft. Tja, Ballon-Pilz, ich finde es echt toll. Aber wenn du, da ist ja deine Fähigkeit. So. Stufe 2. Die Aufladendauer reduziert sich um eine halbe Sekunde auf 4,5 Sekunden. Ausdauer erhöht sich um 25 Punkte auf 325 Punkte. Der Schaden erhöht sich um 5 Punkte auf 45 Punkte. Und die Spezial-Dünger-Power wird auch verbessert. So. Bienen ist immer noch nicht da. Dann machen wir weiter. So, hier. Tag 5. Dieses düstere Mittelalter stinkt mir gewaltig. Ich glaube, ich werde krank davon. Benutzer Dave, gestank im übertragenen Sinne geht nicht als gesundheitsgefährdend. Aber apropos, ich denke, der Stinkpilz könnte uns hier nützen. Sein Gestank ist nämlich real und gegen bestimmte Zombies genau die richtige Verteidigung. Ist ja duftel! Mal schauen, ob die Zombies uns danach noch riechen können! So, oh, jetzt kommt der. So, ich würde... Also, den nehme ich jetzt weg. Ich würde auch die beiden wegnehmen. Stattdessen nehme ich den Pilz mit, den Stinkpilz. Oh, ich nehme mal die Rübe mit. Das versuche ich jetzt mal mit der Rübe. Und ich nehme... Boah, keine Ahnung. So, Eisbergsalat noch mit. Stachelkraut und Kirschbombe. Los geht's! Sehr viel Dina! So, ah, vielleicht hätte ich den doch... Amon mal. So geht's ja auch. Jetzt können wir hier die Sonnen sammeln, während wir hier die Gräber schon mal zerstören. Oh, haben wir schon. Ähm, das hier geht auch. Oh. So. Jetzt bräuchten wir nur noch mal kurz Spezialdinger. Und ich setze schon mal die hier auf. So, dass die Pustepilze ein bisschen leichter haben. So, oh nein, nein, nein. Das ist nicht sehr gut. Genau deshalb ist es nicht gut. So, rumge uns Sonnen! Jetzt können wir den hier mitnehmen. Oh, klingt da doch noch mehr Sonnen. Boah, das kostet jetzt 765. Heftig. Und wir können es uns trotzdem leisten. Geil! Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zeit verschwendet. Wieso ist da jetzt eigentlich? Ich denke da ab. Fällt mir nicht so wirklich. Guck, jetzt geht es nicht mehr so ganz. Oh nein. Nicht sehr gut. Ich vergesse, die Pustepilze zu setzen. Oh, wieso habe ich hier unten noch nichts? Verdammt. Verdammt. Nee, der ist dann weg. Wahrscheinlich. Ähm, ich lasse einfach nur. So. So. Ja, hier ist ja gar nichts mehr, aber wir sind jetzt schon fast fertig. Okay. So, die sind weg. Geschafft! Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Fokus auf die Feld drüber gesetzt. Aber ich finde es voll geil, 2340 und wir können das fast zahlen. Also im Endloss-Spiel ist das garantiert saugeil. Ähm, Zen-Garten. Da kommt sie, unsere Biene. So. Holen wir uns die Sonnenbohne. So, die schon wieder. Also, die Feld drüber würde ich... Was? Ich habe 2000 Sonnen. Ich darf den Pustepilz und die Sonne nicht mitnehmen. Äh, und den Sonnenpilz Mist. Mist, Mist, Mist. So, das muss eigentlich reichen. Aber ich glaube, ich darf auch nichts mitnehmen, was einfach nur 0 kostet. Ja. So, was nehme ich jetzt noch mit? Die Kartoffelmiene. Und irgendwas noch. Gut, ich hätte die Lavagörbe noch mitnehmen können. Naja, egal. So. Ihr kommt hierher. Ihr kommt hierher. Da war ich tatsächlich zum Schutz einfach noch hier eine Reihe Kartoffelminen. Da vorne mache ich eine Reihe Stachelgras. So, jetzt haben wir noch 375 und 250 bräuchte ich für die hier noch. Aber ich habe leider vergessen, ähm, wieder Stachelkraut mitzunehmen. Also, äh, äh, nicht Stachelkraut, äh, nee, Grabkasse mitzunehmen. Also müssen wir ein bisschen warten. Oh. Das bisschen warten ging aber schnell. Sehr schön. Sonnen fallen da leider nicht. Aber egal. Haben wir hier ein bisschen mehr Verteidigung. oder ich hätte tatsächlich, ich hätte hier nochmal eine Reihe Kartoffelminen machen können. Theoretisch. Äh, das schafft er noch. So. Ach. Bis jetzt wird die eine auch noch. Ist doch egal. Sind die drei Reihen in der Mitte etwas schwächer als die untere und die obere? Aber wie gesagt, es ist egal. So. Plötzlich sind hier überall Gräber. Und die Gräber sind weg. So. Wird das noch was? Das wird tatsächlich was. Obwohl das zwar einmal so nicht waren. Dass das, der Blitzschiff halt Schade an mehrere Gegner nacheinander verursacht. Und der hier Schaden an mehrere Gegner in einer Reihe. Ist das echt wunderbar. Und jeder von den Zombies muss natürlich über die Stachelkraut laufen. Das ist auch nochmal geil. Wir haben jetzt nicht einmal Spezialtümer gebraucht. Und die Zombies sind halt dort. Ah, okay. Hier hat das bis zur Kartoffelminen geschafft. Aber ich glaube, auch ohne Kartoffelminen wäre er gestorben. Das Schaden gleict. Deshalb 금 Sie nicht dabei. Oh Gott. Sowas sein. Super. Shi겠다 SAY. Oh gut.